Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute gibt es mal ein paar Ausdrücke im Subjunktiv, also in der Möglichkeitsform. Was auch immer, was auch immer, lo que sea, lo que sea. Wie auch immer, wie auch immer, como sea, como sea. Wer auch immer, wer auch immer, quien sea, quien sea. Wann auch immer, wann auch immer, cuando sea, cuando sea. Wo auch immer, wo auch immer, donde sea, donde sea. Was auch sein mag, was auch sein mag, sea, lo que sea. Sehr, lo que sea. Und dann machen wir weiter mit einigen Füllwörtern. Dann, da haben wir, na ja, na ja, pues, 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 also, also, o sea, o sea, also, also, entonces, 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 gut, gut, bueno, bueno, bueno. Okay, okay, vale, vale, vale. Diese Füllwörter, die werden verwendet, gerade für die, die das Spanisch noch nicht so gut drauf haben. Damit kann man etwas Zeit gewinnen. Wenn man also einen Satz zum Beispiel mit pues anfängt, kann man dann ein bisschen überlegen und dann weitersprechen. Oder mit, bueno, bueno, hoy no sé qué hacer. Damit verwendet man diese Füllwörter. So, das war's. Muchas gracias. Hasta mañana. Also, da, da, da. Ja. 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 Vielen Dank.